Herzlich willkommen zu Tontechnik-Tipps. Heute geht es um den Unterschied von Gain und Feeler. Gerade bei Einsteigern kann man hier immer wieder einen ganz, ganz großen Fehler entdecken. Und zwar, dass nicht differenziert wird zwischen beiden. Klar, wenn ich an meinem Gain drehe, den weiter nach oben drehe, wird es lauter. Klar, wenn ich meinen Feder nach oben ziehe, wird es auch lauter. Was ist nun der Unterschied zwischen beiden? Wenn ich an meinem, zugegeben hier, kleinen Pult, an dem ich aber natürlich jetzt gerade alles zeigen kann, eine Band anzuliegen habe, sie damit also abmischen will, also hier sind die Sänger, Gitarren, Bass, Schlagzeug und so weiter, dann kommen hier natürlich, und bei einem richtig großen Pult natürlich erst recht, sehr, sehr unterschiedliche Pegel bei den einzelnen Kanälen an. Weil klar, insbesondere im Gesang wird mein Pegel meistens nicht so hoch sein, wie beispielsweise von einem E-Piano mit fetter Hemmer und Orgel. Da lichten ganz andere Pegel an. Ich habe also das Problem, dass ich an meinem Pult die Pegel erstmal auf den gleichen Stand bringen muss. Das mache ich hier oben mit meinem Gain. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich habe hier diesen Gain-Schalter, habe hier in diesem Fall nur eine sehr kleine LED-Anzeige, funktioniert aber auch erstmal ganz gut und kann, ich drehe es mal gerade runter, wenn es hier so weit unten gedreht ist, sehe ich nur ein bisschen die eine grüne LED aufleuchten. Und je höher ich das dann drehe und regele, desto mehr wird mir hier angezeigt. Wenn ich jetzt viel zu doll die ganze Sache aufdrehe, ich mache es jetzt gerade mal zu Demonstrationszwecken, dann bin ich hier oben natürlich mit meiner roten LED ganz weit an Oberkante, beziehungsweise dann im Worst Case leuchtet hier dann schon meine LED-Clip-Anzeige auf. Das will ich natürlich nicht haben. Ich drehe das Ganze wieder so, dass es im normalen Bereich einfach anzeigt. Wenn ich das vernünftig eingepegelt habe, dann kann ich hier mit meinem Fader laut-leise im Raum machen und das sehe ich auch schon hier bei meinem Master, gut, klingt ein bisschen fett hier gerade, Master für so ein kleines Pult, aber ist ja trotzdem das, was wir im Raum hören würden, zeigt mir dann insgesamt den Ausgang an. Wenn ich jetzt doch noch ein digitales Mischpult habe, beispielsweise Yamaha 24-Kanal-Mischpult, dann werde ich ja an den einzelnen Kanälen nicht überall eine Anzeige haben, eine digitale Anzeige sowieso nicht. Dann funktioniert es so, dass ich über meinem Fader einen Schalter habe, da steht PFL dran, das steht für Pre-Fader Listening. Fader ist ja das, was ich gerade beschrieben habe. Pre heißt davor, Listen heißt hören. Das heißt, wenn ich den drücke, dann kann ich für meinen jeweiligen Kanal an meiner LED-Anzeige diesen Kanal sichtbar machen, beziehungsweise den Pegel sichtbar machen. Ja, das heißt, ich muss natürlich sehen, dass ich von vorne ein möglichst repräsentatives Signal bekomme, dass mein Sänger auch wirklich dann so laut singt, wie er nachher auch im Konzert singt oder die Musiker auch so entsprechend spielen. Sonst kann ich den Soundcheck natürlich insgesamt vergessen. Dann nehme ich halt auf diesem Kanal, drehe ich das dann halt so weit auf, meinen Gain, dass ich da so im Plus-Minus-Null-Bereich lande. Also was ich nicht haben will, was ich gerade eben an meinem Mischpult hatte, dass meine LED-Anzeige die ganze Zeit oben Oberkante aufleuchtet. Was ich aber auch nicht haben will, ist, dass meine untersten zwei, drei grünen LED-Anzeigen so ganz knapp da ein bisschen rumschlabern. Da weiß ich allein auch schon optisch, da wird nicht genug Pegel ankommen. Beim digitalen Pult, also wenn ich ein größeres digitales Pult habe, funktioniert das halt ähnlich. Entweder habe ich ein Gesamtdisplay, da muss ich mir wieder das auf dem Gesamtdisplay kenntlich machen oder ich habe ein bisschen besseres Pult, dann habe ich schon einzelne Anzeigen, dann muss ich das auch entsprechend einstellen. Zwei Tipps noch, zwei Dinge, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Es kommt immer wieder vor, dass Leute sagen, ich habe jetzt ein digitales Pult und auf meinem digitalen Pult oder mit meinem digitalen Pult kann ich ja alles wunderbar abspeichern. Also einmal Band richtig gemischt, einmal abgespeichert und das reicht mindestens bis Weihnachten. Das funktioniert natürlich auf keinen Fall, weil wir haben das ja auch schon in diesem Tutorial von Mikrofone richtig besprechen gesehen, dass beispielsweise ein relativ kleiner Unterschied im Abstand zum Mikrofon vom Sprecher oder Sänger schon einen ganz anderen Pegel, zum ganz anderen Pegel letztendlich führt. Das heißt, ich muss da auch wieder nachregeln. Das muss ich auch an sich in einem Konzert machen, weil jeder weiß, am Anfang vielleicht in einem Konzert ist die Stimmung noch nicht ganz so gut, die Sänger sind noch vielleicht ein bisschen unsicher oder wie auch immer ein bisschen zurückhaltender, kriege ich natürlich einen ganz anderen Pegel, als wenn nachher die Stimmung so richtig rockt, ich einen ganz anderen höheren Pegel bekomme und ich da natürlich entsprechend ein bisschen, ich würde das nicht alles natürlich komprimieren, zurückregeln muss. Dann eine Sache, die auch oftmals vergessen wird, ihr kennt das alle, mal klappt das so richtig gut mit dem Monitor und damit einmal stimmt der Monitor nicht mehr und ihr wisst gar nicht warum. Eine Ursache kann sein, dass das mit dem Gain zusammenhängt. Denn wenn ihr den Monitor, ob das In-Ear ist oder ob das noch ein herkömmlicher Floor-Monitor ist, ist egal, sauber eingepegelt habt und dann aber am Pegel doch wieder Veränderungen vornehmen müsst, dann verändert sich natürlich mit dem Gain auch wieder die Einstellung insgesamt am Monitor. Also auch da aufpassen, dass ihr auch das wieder kontrolliert, weil genau das ist ja ein Problem, dass ihr den Monitor direkt nicht mitbekommt. Okay, ich hoffe, jetzt ist klar geworden, was der Unterschied ist zwischen einem Gain und einem Fader. Viel Spaß beim Mixen. Tschüss.